ich war von irgendwann von euch gefragt wie man seinen youtube namen ende von einem youtube account und das wollte ich ganz kurz zeigen wir auf eurem handy den youtube namen ändert und zwar geht ihr dafür auf die google plus app da geht ihr drauf und öffne die ich habe mein pc account kunde muss immer unbenannt werden darum pc das ist so unlustig und schlecht da geht ihr darauf dann drückt ihr bei dem account auf das profilbild des accounts so das war jetzt auch gleich auf das profil wird geklickt dann wäre nämlich weiter auf google plus seite komischerweise hat der account pclp der schlechteste name ever leute bitte sagen wir für diesen scheiß name 770 aufruf ich weiß ja nicht weswegen dieser account wieder aufgehört dann geht hier oben auf diese leiste geht der aktualisieren profil bearbeiten da gibt es auch namen bearbeiten also ganz einfach nur das wollte man von euch wissen deswegen dachte ich mache ich dann ein video zu dann nenne ich einfach auch name vorname gibt ihr einfach dann irgendwas einem video auch immer nennen euch wollte ich nehme jetzt einfach mal keine arme das müssen nennen auf jeden fall soll er gar nicht mehr pclp heißen ich weiß nicht wie ich darauf bekommen bin seid mir nicht böse jetzt gehen wir von ein heiko und dann machen wir einfach eine lp ist lachhaft wenn ich jetzt ein p eingeben ist ein bisschen lachhaft wenn man dann heiko keine ahnung kp keine ahnung was es bedeuten soll dann könnt ihr einfach speichern drücken da wird das profil aktualisiert ist da seht ihr schon hype kp wort schon aktualisiert und jetzt gehen wir schon auf youtube es gehen wir noch auf youtube zeige ich euch auf youtube schiene google plus öffnen wir youtube extra ich musste ja jetzt auch meinen auf dem account ein video hochladen haben wir so video hochgeladen halt die halt deine fresse das video gibt zwei sekunden und ich weiß nicht wie ich das nennen soll deswegen habe ich so genannt leute es ist ein bisschen unnötig alles oder es ist ein bisschen ich muss ja ein video land das finde ich den kanal ja nicht das kann ich euch nicht präsentieren hier steht jetzt noch warte hier steht zwar jetzt noch heiko pizza lp das wird das wird jetzt etwas später aktualisiert aber auf dem profil ist schon aktualisiert steht da heiko kp aktualisiert das dieses hessliche video ist mit zwei aufrufen vor zwei minuten hochgeladen bisschen unnötig aber ich musste ein video hochladen irgendein einzelne habe ich einfach so gemacht leute ja das war es eigentlich von dem video ganz kurze info dann für die leute die es interessiert da oben wenn es euch gefallen hat macht's gut schau